Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich beobachte Gartenvögel, seitdem ich ein kleines Kind bin. Heute möchte ich Ihnen deshalb in 60 Sekunden das Rotkehlchen genauer vorstellen. Der Vogel des Jahres aus dem Jahr 2021 ist der wohl bekannteste und auch beliebteste Vogel Deutschlands. Der teils recht zutrauliche Vogel wird 12,5 bis 14 Zentimeter groß und ist anhand seiner orangefarbenen Brust bestens zu erkennen. Der Bauch ist hell, Rücken und Schwanz sind braun gefärbt. Rotkehlchen leben in Wäldern, Parks und auch Gärten, wo sie in dichter Vegetation bodennah ihr Nest bauen. Zur Nahrungsaufnahme sind sie gerne am Futterhaus, sonst suchen sie vor allem auf dem Boden nach Nahrung. Sie ernähren sich dabei von Kleintieren wie Spinnen, Würmern oder auch Schnecken. Auch Insekten stehen auf dem Speiseplan. Rotkehlchen singen eine sehr einprägsame Strophe. Die Strophe startet mit einigen hohen, feinen Tönen und ist dann wie ein herabplätschernder Bach mit perlenden, tieferen Tönen endet. Anders als bei vielen anderen Vogelarten singt beim Rotkehlchen aber auch das Weibchen. Ihre Strophe ist etwas leiser und kürzer. Das war es auch schon wieder zum Artenporträt zum Rotkehlchen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Im nächsten Monat erzähle ich Ihnen mehr über den Grünfinken.